Hallo und herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Ja, dieses Video trägt den Titel Ziegel, Beton und ein Hauch von Wahnsinn die turbulenten Zeiten des Immobilienwahnsinns. So, über was möchte ich natürlich sprechen? Ja, über die Entwicklung des Immobilienmarktes und ich möchte halt eben einerseits mal allgemein über den Immobilienmarkt sprechen, aber insbesondere jetzt auch von zwei Fällen, die ich euch jetzt mal vorstellen möchte, die ich sozusagen in meiner Eigenschaft als Maklerin jetzt einfach auch vermittelt habe in der jüngeren Vergangenheit, wo ich einfach wirklich mal mich ehrlich mache, für wie viel wurde es angeboten, was hat letztendlich auch der Verkäufer bekommen, wo man eben auch Ableitungen treffen kann über die Entwicklung des aktuellen Marktgeschehens. Also, seid gespannt, mehr dazu nach dem Intro. Nochmal herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Mein Name ist Jacqueline Hartmann. Also, ich habe ja bereits schon im Vorspann erwähnt, ja, es geht eben in diesem Video um die Entwicklung des Immobilienmarktes und ich habe ja da so eine Überschrift, Ziegel, Beton und ein Hauch von Wahnsinn die turbulenten Zeiten des Immobilienmarktes. Wie ihr eventuell auch schon wisst, ich gehe jetzt ins 18. Jahr meiner Selbstständigkeit als Immobilienmaklerin und Hausverwalterin und insbesondere auch als Immobilienmaklerin habe ich wirklich auch die turbulenten Zeiten miterlebt in einer Phase vor 18 Jahren, wo der Immobilienmarkt eben wirklich noch massiv am Boden lag und dann mit der Positiventwicklung des Ganzen und auch Stilblüten, die es dann zum Teil so getrieben hat. Ich habe gedacht, ich fange jetzt einfach mal mit einem krassen, aber sehr exemplarischen Beispiel aus meiner Vermittlerzeit einfach mal mit, was es wirklich einfach auch mal sehr krass ausdrückt, wie die Preisentwicklung hier in Berlin, weil ich bin ja in Berlin als Maklerin tätig, eben so stattgefunden habe. Und zwar habe ich 2010, was jetzt 14 Jahre her ist, eine tolle Eigentumswohnung in Berlin-Mitte, in der Fairberliner Straße. Also hier mal eine Karte auch. Also ihr seht jetzt einfach auch anhand der Karte wirklich eine super Lage innerhalb Berlins. So, ich blende euch jetzt einfach mal hier ein paar Bilder ein von der Wohnung. Das sind eben Bilder aus 2010. Das war eine klassische Drei-Zimmer-Wohnung mit 100 Quadratmetern. So, und jetzt haltet euch fest, ich habe damals 2010 diese Wohnung für sage und schreibe 250.000 Euro angeboten und habe sie vermittelt. So, das sind, lässt sich einfach rechnen, 2500 Euro pro Quadratmeter. So, jetzt wird ihr euch natürlich fragen, und das will ich euch einfach auch mal zeigen, was ist denn die Wohnung heute wert? So, die gleiche Wohnung, trotz veränderter Marktsituation, ist heute, wenn ich sie heute verkaufen würde, 700.000 Euro wert. So, also das sind dann 7.000 Euro pro Quadratmeter. Und das ist eine Steigerung. Ich habe es mir mal hier notiert. Das ist eine Preissteigerung innerhalb von 14 Jahren von 64 Prozent. 64 Prozent ist diese Wohnung mehr wert geworden innerhalb der letzten 14 Jahre. So, und da steigen wir jetzt einfach mal auch ins Allgemeine ein. Wie hat sich denn jetzt der Immobilienmarkt auch so in den letzten 10 Jahren entwickelt? Ich blende euch einfach auch mal eine Grafik ein von Wüstenrot. Ihr seht ja anhand dessen, was dort so dargestellt ist, wie ab 2015, und das war ja so wirklich auch die Hochphase des Immobilienmarktes, die Preise im Allgemeinen, muss man immer auch dazu sagen, gestiegen sind. So, das heißt, wir hatten jedes Jahr im Durchschnitt für Wohneigentum, 2015 rund 5 Prozent, 6 Prozent, 7 Prozent und dann eben noch mal 2021 11,3 Prozent. So, selbst im sogenannten Zeitenwendejahr 2022 hatten wir noch mal ein Plus durchschnittlich von 9 Prozent, aber das ist auch nur noch mal, da sage ich gleich was dazu, das ist jetzt auch nur gemittelt. Und dann sieht man eben in 2023 dann der Einbruch im Durchschnitt von 4,1 Prozent. So, und jetzt fragt man sich natürlich jetzt eben, wo stehen wir denn jetzt eben auch aktuell? So, ich blende euch jetzt mal einen Artikel ein, der sagt dann eben, ja, es herrscht Eiszeit auf dem Immobilienmarkt. So, dann in der andere Artikel sagt dann wieder, ja, die Kauflaune ist zurück. So, ja, was ist denn jetzt überhaupt aktuell? Und das möchte ich euch jetzt einfach mal kurz schildern, vielleicht auch noch mal einleitend, was ist denn auch verantwortlich für die Entwicklung am Immobilienmarkt? So, und zwar ein maßgeblicher Bestandteil für die Entwicklung am Immobilienmarkt sind eben die sogenannten Zinsen, die sogenannten Bauzinsen, weil die meisten Leute, die dann eben logischerweise sich eine Immobilie kaufen, werden, ich würde jetzt mal sagen, grob über den Daumen 80 Prozent der Kaufinteressenten finanzieren das Ganze. Und zwar setzt sich so ein Darlehen einerseits zusammen aus dem sogenannten Zinssatz. Der Zinssatz ist nämlich der Teil, womit die Banken dann ihr Geld verdienen und dann der sogenannten Annuität. Und die Annuität ist eben der Teil, den ich dann eben selber auch abzahle an die Bank. Diese beiden Komponenten, Annuität und Zinssatz, bildet dann eben meine monatliche Rate, die ich dann eben auch abzahle. Es gibt viele Gründe, warum sich ein Immobilienmarkt positiv oder negativ entwickelt. So, und ein wesentlicher Teil ist eben auch die Entwicklung der sogenannten Bauzinsen. Um euch den Zinsverlauf auch grafisch einmal besser zeigen zu können, darstellen zu können, bin ich hier auf die Seite gestoßen, bialo.de. Hier ist einfach auch mal der Zinsverlauf ganz gut dargestellt. Ich habe jetzt einfach mal einen 10-Jahres-Zeit rumgenommen, um einfach euch mal zu zeigen, wo waren wir, also wo sind wir hergekommen? Wir hatten mal zu Beginn, Anfang 2014, einen durchschnittlichen Zinssatz von 2,4 Prozent. Und hier sieht man an dem Verlauf, und da sind die Zinsen wirklich massiv nach unten gegangen. Das heißt, wir hatten dann eine ganze Zeit lang 1,5 Prozent. Und das hatte eben auch zur Folge gehabt, das war so dann die Hochphase des Immobilienmarktes. Die Preise sind dann im Gegenzug weiter gestiegen, weil natürlich eben, ich würde nicht sagen, ein Darlehen nichts gekostet hatte, aber die Zinsen waren wirklich historisch absolut niedrig. Und ich glaube nicht, dass wir auch noch mal so was sehen werden, was wir hier in diesen Jahren 2015 so, und dann ist das ja noch mal weiter runtergegangen. So Ende 2019 hatten wir dann auf einmal unter 1 Prozent Zinssatz gehabt. Also wie gesagt, man kann jetzt nicht sagen, dass ein Darlehen nichts gekostet hat, aber das war schon wirklich, ja, also man hat da fast gar keinen Zins gezahlt. Du hattest dann wirklich nur, musst eigentlich dann, wenn du in dieser Zeit ein Darlehen aufgenommen hast, musst du eigentlich das Ganze nur tilgen und abbezahlen, ohne dass dich das was großartig an Zinsen gekostet hat. So, und hier sieht man halt eben auch an dem Verlauf, das Ganze ging dann eben bis Anfang 2022. So, ich nehme nochmal hier eine andere Betrachtung der letzten 3,5 Jahre, ne, also hier auch nochmal hier die Niedrigzinsphase besser dargestellt, so, und das Ganze eben bis Januar 2022, da hatten wir halt noch, ja, 1 Prozent, so, und schwupp. Hier sehen wir halt eben, wie das dann auf einmal in einem Zeitfenster von, naja, 3, 4 Monaten hier, zack, alles hier kontinuierlich nach oben gegangen ist, und dann hatten wir hier, dann im Oktober 2022 auf einmal, ja, kann man sagen, 4 Prozent, und das war dann wirklich sozusagen, ja, die Trendwende des Immobilienmarktes, ne, also, man muss es halt eben auch sagen, das ist halt hier eben auch die Phase gewesen, Ausbruch des Krieges in der Ukraine, und das hat halt hier eben dafür gesorgt, dass dann eben die Zinsen so heftig gestiegen sind, ne, und das war dann eigentlich wirklich eine krasse Veränderung gewesen, weil natürlich eben viele dann einfach sich kein Darlehen mehr leisten konnten, neben der allgemeinen Verunsicherung, aber hier ist halt einfach ein Großteil an Käuferschicht ist halt hier einfach durch diesen kurzen, massiven Anstieg der Bauzinsen ist einfach rausgefallen, so, und dann hatten wir mal hier auf der Spitze bis Ende 2023 über 4 Prozent, ich habe auch bei manchen Kunden gesehen, die hatten dann 5 Prozent gehabt, je nach Bonität, so, und jetzt treten wir aber eben Gott sei Dank auch in eine Phase ein, wo die Zinsen wieder auch am sinken sind, ne, ich habe jetzt mal hier einen Zeitraum der letzten drei Monate, so, das heißt hier 3,5 Prozent, so, hier in der Spitze 3,6, also so hat sich das jetzt momentan eingependelt, so, und hier, und das ist halt jetzt auch das Positive an der ganzen Sache, dass wir halt eben hier auch wieder fallende Zinsen haben, und wenn die EZB den Leitzins senkt, oder möglicherweise schon im Juni senken wird, dann gehe ich auch davon aus, dass die Bauzinsen möglicherweise auch noch mal sinken werden, also hier 3,5 Prozent, ich denke, ich habe jetzt auch einen Kunden gehabt, der hat für 3,3 Prozent finanziert, das sind halt auch Dinge, das kommt dann eben wirklich auch auf eure persönliche Bonität dann an, aber das ist halt einfach auch mal dieser positive Verlauf, dass wir jetzt eben auch wieder in eine Phase eintreten, wo eben auch die Bauzinsen hoch sind, also was heißt hoch sind, weil ich euch gezeigt habe, im Vergleich zu dieser Niedrigzinsphase sind sie hoch, aber jetzt gucken wir mal, ich mache mir jetzt einfach mal den Spaß, wie weit kann ich jetzt hier zurückgehen, 15 Jahre, so, da können wir mal gucken, wo waren wir, ja, 2009 hatten wir einen Zinssatz von 4,2 Prozent, so, also gut, da muss man auch sagen, da waren die Kaufpreise auch niedriger, so und dann ging das halt hier so runter und jetzt haben wir das wieder, also auch da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, ich wollte euch das jetzt einfach mal kurz zeigen, so, also, und zwar, ich hatte mich jetzt mal entschieden, euch an zwei Fallbeispielen, wenn man das so nennen kann, anhand von zwei Wohnungen, die ich jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit erfolgreich vermittelt habe, die mal herzunehmen, wo man einfach selber auch mal ableiten kann oder wirklich sehr plakativ sieht, was wären für Preise aufgerufen und ich möchte euch eben jetzt auch mal zeigen, was habe ich denn jetzt auch dort erzielt, so, und ich habe jetzt halt zwei Wohnungen hergenommen, das war einmal die Residenzstraße in Rheineckendorf und die Benzstraße in Friedrichshain, Beide Wohnungen sind identisch daher, weil es sind zwei Zimmerwohnungen mit 50 bis 60 Quadratmetern, das ist eigentlich auch in Berlin, sag ich mal, so ein Standardprodukt, wo man wirklich auch einen guten Vergleich herstellen kann, eigentlich so wie so eine Art Mittelwert, jetzt kann man das einfach mal sehen, fangen wir mal mit der Residenzstraße an, die Wohnung in der Residenzstraße, hier mal, könnt ihr es auf der Karte sehen, ist in Berlin-Rheineckendorf, das ist ehemals West-Berlin und grenzt eben auch innerstädtisch, sozusagen an den inneren Stadtteilen dort direkt an, also ist jetzt nicht komplett City, aber würde ich jetzt mal sagen, ja auch aus heutiger Sicht City nah, so, also Flughafen tegelt da die Ecke, so und das war eben eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 61 Quadratmetern in einem Haus, was in den 70er Jahren errichtet worden ist, vierte Etage, Fahrstuhl, Pkw-Stellplatz zugehörig, bezugsfrei, das ist halt eben auch das, was aktuell am besten nachgefragt wird, so und ja, der Angebotspreis lag bei der Wohnung bei 249.000 Euro, das entspricht dem Quadratmeterpreis von 4.100 Euro pro Quadratmeter, das ist der Angebotspreis, das heißt, der Angebotspreis orientiert sich immer eben auch, das ist einerseits in erster Linie die Vorstellung des Eigentümers und natürlich dann eben auch nochmal meine Einschätzung, das heißt, der Angebotspreis ist eben auch nicht immer das, was dann letztendlich erzielt wird und jetzt stellt sich natürlich auch die interessante Frage, was haben wir dafür bekommen? Bevor ich darauf eingehe, was wir dafür erzielt haben, ist ja auch nochmal interessant zu erfahren, vielleicht für euch, wie lange habe ich gebraucht, um dafür einen Käufer zu finden? Also, ich hatte insgesamt, die Vermarktungsdauer waren knapp 4 Monate, man sagt so pauschal Vermarktungsdauer 6 Monate, aber sage ich mal, ab dem Moment, wo ich den Alleinauftrag bekommen habe, bis zur Beurkundung, insgesamt 4 Monate Vermarktungszeit, so und jetzt ist eben die Stunde der Wahrheit, was haben wir bekommen? Der Verkäufer hat bekommen 220.000 Euro, also das ist ein Preisunterschied von 30.000 Euro, so und wenn man das jetzt mal in Prozent ausdrückt, das heißt zwischen dem Angebotspreis und dem, was tatsächlich erzielt wurde, sind das 11,6 Prozent Preisunterschied, so und das heißt, das drückt es jetzt auch mal aus, was im Moment halt eben auch so, wenn man das sagen kann, es fallende Preise, Verhandlungsmasse ist, also auch wenn man seriösen Quellen mal heranzieht, so ist im Moment einfach auch die Preisentwicklung, die eben auch nach unten stattgefunden hat, so um die 10 Prozent. Also jetzt im Fall der Residenzstraße waren es eben, wie gesagt, 11,6 Prozent Preisreduktion für das, was dort eben auch tatsächlich erzielt worden ist. Gehen wir mal rüber nach Friedrichshain in die Benzstraße, also die Benzstraße, blenden wir auch hier die Karte ein, das ist halt dann eben auf Friedrichshain schon eine sehr bevorzugte Citylage, aber letztendlich genauso identisch wie die Residenzstraße anzusehen, das sind eben zwei Zimmer gewesen mit 53 Quadratmetern, in dem Fall in sanierter Altbau, also der Angebotspreis bei der Wohnung lag bei 319.000 Euro, das entsprechende Quadratmeterpreis von 6.000 Euro und auch hier hat sich der Angebotspreis natürlich eben aus der Erwartungshaltung des Eigentümers und meiner Einschätzung ergeben. So und hier war die Vermarktungszeit ein bisschen länger, das heißt, ich habe die Wohnung in die Vermarktung offiziell bekommen, das war Anfang November 2023 und wir hatten sie jetzt zum Ende, Ende März 2024, haben wir sie beurkundet bekommen, so das heißt, da war es eine Vermarktungszeit von fünf Monaten. So, was ist es am Ende des Tages geworden? Die Wohnung ist dann verkauft worden für 279.000 Euro, ist in heftiger Preisunterschied 50.000 Euro in dem Fall, prozentual ausgedrückt, ist das eine Preisreduktion von 12,5%. An diesen zwei Beispielen wollte ich euch einfach auch mal zeigen, dass man mal ein Gefühl bekommt, was ist jetzt so gerade los am Immobilienmarkt? Also insgesamt, muss ich sagen, ist mein Eindruck, dass wir wieder auch ein bisschen das Ganze sich belebt. Das heißt, die Leute haben sich einerseits an das Zinsniveau gewöhnt, in Berlin haben wir halt eben auch noch mal die Situation am Mietwohnungsmarkt Horror. Also es gibt quasi keine Wohnungen und eben die Leute, die es sich leisten können, suchen eben weiterhin auch eine Wohnung. Und das ist halt auch insgesamt mein Eindruck, dass auch wieder so eine leichte Belebung des Immobilienmarktes auch stattgefunden hat. Natürlich muss man auch ehrlicherweise sagen, die Leute, also der Markt hat sich schon gewandelt. Es ist nicht mehr ein Verkäufermarkt, sondern wir sprechen eben jetzt ganz deutlich von einem Käufermarkt. Das ist eben mehr Angebot. Die Leute sind deutlich selektiver unterwegs. Die Leute schauen sich mehr Wohnungen an, sind trotzdem vorsichtiger. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Wohnung in der Benchstraße, da sind uns die Leute wirklich die Bude eingerannt. Also das lief wirklich super. Das hat deshalb so lange gedauert. Das muss ich jetzt auch noch mal dazu sagen, weil die Leute haben natürlich auch noch die alten Preise im Kopf. Also die Eigentümer, weil die Eigentümer waren natürlich in den letzten zehn Jahren wirklich sehr, sehr verwöhnt gewesen und haben immer noch die alten Preise im Kopf. Und das ist halt manchmal auch so die Schwierigkeit, dann mit den Eigentümern auf den Nenner zu kommen. Natürlich könnte man sagen, ja gut, dann sagst du halt das ganz ehrlich. Aber man will natürlich auch den Auftrag bekommen und nicht sagen, dass die Preisvorstellung jetzt total abgehoben ist. Wobei, wenn es dann völlig abgedreht ist, dann sage ich auch, nee, also das bringt hier nichts. Ich sage dann halt diplomatisch, na gut, dann wir probieren es halt mal und wir schauen dann mal nach ein, zwei Monaten, wie es läuft. So war es dann halt eben jetzt auch im Fall der Benchstraße, wo ich dann eben auch gesagt habe, nach einer gewissen Weile, na ja, den Preis werden wir halt nicht erzielen. Ja, und dann war es dann halt letztendlich so, die 279.000 war dann eben auch der richtige Preis. Und dafür haben wir dann eben auch einen Käufer gefunden. Von meinem Gefühl her ist es so, es ist eine Belebung da. Wir treten noch so ein bisschen auf der Stelle, aber zumindest ist halt auch jetzt die Phase erst mal vorbei. Also die Phase des Stillstands, muss man ganz deutlich sagen, war 2023. So das letzte Quartal auch schon 2022. Da war halt einerseits, das war ja wirklich, das habe ich euch gezeigt, wirklich wahnsinnig ruhig durch die hohen Zinsen und immer noch auch sehr hohen Kaufpreise. So und das ist halt jetzt einerseits gewichen, das heißt, die Bauzinsen sind gestiegen, aber auch die Kaufpreisvorstellungen der Eigentümer sind halt eben auch gesunken, weil letztendlich ist halt auch nur die Immobilie das wert, was bereit einer ist, dann auch für so eine Immobilie zu bezahlen. So also das war jetzt mal, ja, hoffe ich nicht zu langweilig gewesen für euch, aber das war jetzt einfach auch mal, mir war es wichtig, euch mal so einen allgemeinen Einblick zu geben, aber eben auch mal einen Einblick in meine Arbeit als Maklerin, wo ich dann eben auch an meinem kleinen Beispiel euch mal gezeigt habe, wie es denn wirklich aussieht und ich hoffe, ihr habt da jetzt auch mal ein kleines Gefühl bekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und auch an der Stelle, ich vergesse es immer wieder, bitte abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, drückt das Glöckchen, das bedeutet jedes Mal, wenn es ein neues Video gibt, werdet ihr entsprechend informiert. Also, dann bis bald, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.